Herzlich Willkommen! Sie überlegen, Ihre Wohnimmobilie zu verkaufen und denken darüber nach. Wie erziele ich den optimalen Kaufpreis? Wann ist wohl der richtige Zeitpunkt für den Verkauf meiner Immobilie? Wie stelle ich sicher, dass der Käufer dann auch tatsächlich zahlt? Auf was muss ich alles achten, um keine gravierenden Fehler zu machen? Man hört ja von Freunden und Bekannten, pass nur auf, wenn du deine Immobilie verkaufen willst. Ist der Marktloch wirklich seriös? Wie finde ich den richtigen Experten, der mich ehrlich unterstützt und mich nicht über den Tisch zieht? Eine Immobilie zu verkaufen, ist eine große Sache, denn es geht um wahnsinnig viel Geld. Ja, um Ihr hart verdientes Geld. Deshalb ist es gut, auf Nummer sicher zu gehen. Sie haben es sich wirklich verdient, den Verkauf Ihrer größten Investitionen in Ihrem Leben, also Ihr Haus oder Wohnung, in guten Händen zu geben. Mein Name ist André Zahedi und als Inhaber des Maklerbüros Immoprofi André Zahedi IK in Darmstadt bin ich für Sie zuständig, wenn es darum geht, Ihre Immobilie richtig einzuschätzen und Ihnen zeige, wie mein Team und ich, dass eines Beitrags mit Darmstadt bin ich für Sie foldersíp envelopes und in der Prüfung sein hoo Okста verankern wird.